Also was mir immer wieder begegnet ist, Immobilienmakler fokussieren sich auf eine Sache im Bereich Marketing, erhoffen sich, das ist jetzt der heilige Gral. Da rockt es jetzt und das muss jetzt funktionieren. Wie siehst du das? Ich sehe das sehr, sehr gefährlich. Das beste Beispiel war ja in den letzten Jahren das Thema Leadgewinnung über Facebook, bezahlte Werbung. Viele, viele, viele junge Online-Marketer haben den Maklern vieles versprochen, wenig gehalten. Ja, weil wir sprechen hier ja über den sogenannten heiligen Gral oder die Suche nach dem heiligen Gral. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich sehr, sehr oft in meinen Beratungsgesprächen anspreche, dass ich einfach sage, hey, den heiligen Gral, den gibt es nicht. Also es gibt natürlich Maßnahmen, die funktionieren mehr. Es gibt Maßnahmen, die funktionieren vielleicht weniger in bestimmten Zielgruppen. Das natürlich schon. Aber worauf wir ja eigentlich oder worauf du auch hinaus willst, ist, dass es natürlich sehr gefährlich ist, weil man sich ja extrem einfach dann auch in Dingen sehr, sehr verrennt. Und gerade, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, zum Beispiel Online-Marketing, also ich habe tatsächlich schon Beispiele gehört, faktisch, ja, von Leuten, die jetzt Kunde bei uns sind, die sechsstellige, und ich meine das wirklich ernst, sechsstellige Beträge als Einzelunternehmer ohne Mitarbeiter, sechsstellige Beträge in Online-Marketing investiert haben. Und die Kommunikation von diesen Agenturen, die das machen, ist, ja, es ist vollkommen normal, dass dann erst nach sechs bis sieben oder acht Monaten die ersten Ergebnisse eintrudeln. Und das ist für mich ein klassisches und perfektes Beispiel dafür, wenn man sich in einer Sache maximal verrennt. Absolut. Das sehe ich definitiv genauso. Jetzt könnte man sogar noch sagen, viele haben ja gar nicht die Grundlage dafür. Also die Grundlage ist ja erstmal Munition. Also hier Cash, auch genug Cash zu haben, um so eine Strecke von einem halben Jahr überhaupt durchzuhalten. So, das ist mal das eine. Und dann kommt noch was anderes dazu, ist, sie haben ja gar nicht auch die Brand dafür. Also das heißt, die ganzen Abläufe stimmen nicht. Selbst wenn sie Leads generieren, und das muss man hier auch ganz klar festhalten, wenn sie Leads generieren, glauben sie, dass die Leute direkt mit Auftrag drohen. Und wenn dann am Ende die Leute erstmal nur mal gucken wollen, eine Bewertung haben wollen, dann haben sie auch nicht verstanden, dass diese Leads, die da reinkommen, ja erstmal kalt sind. Ja, also die sind ja tiefgefroren, sozusagen. Ja, also erstmal ist es ja so, wenn man alle Eier in einen Korb legt und sich in Sachen verrennt, dann ist ja das Problem dabei, dass man es erstmal in den meisten Fällen selber gar nicht merkt. Weil man ja die Scheuklappen anhat. Man nimmt das ja gar nicht wahr. Man verliert also die komplette Wahrnehmung für die anderen Dinge, die auch noch wichtig sind. Oder man hat sie gar nicht gemacht. Oder man hat sie gar nicht gemacht. Genau. Beispiel jetzt zu dem Thema. Mal angenommen, jetzt investiere ich sechsstellige Summen. Und selbst wenn da dann in sechs Monaten, sage ich mal, 100 Leads zustande kommen. Das ist einfach mal als Annahme, ja. Und von den 100 Leads sind 80 komplett whack. Die sind einfach schlecht, okay. Die sind unbrauchbar. Infosammler. Und 20 davon bleiben übrig. Und ich habe gar nicht die Prozesse, um das überhaupt rauszufiltern. Um diese Leute überhaupt richtig abzuarbeiten. Oder weiter zu verarbeiten. Geschweige denn dafür, davon systematisierte Abläufe, falls ein Auftrag zustande kommt, dass ich dieser Auftrag auch effizient betreuen und abarbeiten kann und zum Erfolg führe. Gerade in Marktphasen wie jetzt. Also die Leute denken einfach, alle ihre Probleme wären weg, wenn Leads da sind. Und das ist halt maximaler Bullshit. Ich kann gar nicht glauben, ich kann das nicht fassen, wie Leute das denken können, dass das so ist. Ich lache diese Leute einfach wirklich aus mittlerweile. Ich meine, es ist traurig. Also auslachen ist ja das eine. Doch, muss man. Irgendwann muss man es auslachen. Ja, das verstehe ich. Aber irgendwie ist es ja schon auch traurig. Weil das fehlen ja, da sind wir wieder so bei einem ganz wichtigen Thema, ist, wenn du halt einfach so grundlegende Dinge, einfach ganz so grundlegende Sachen nicht checkst oder nicht Bescheid weißt. Das ist ja auch völlig wurscht jetzt, ob es jetzt Marketing ist, ob das Einkauf ist, ob das Verkauf ist. Ich merke einfach immer wieder, wie die Leute, die Menschen, aber auch ganz normale andere, kleinen oder Einzelkämpfer, wirklich ganz, ganz grundlegende Spielregeln und Grundsätze oder Gesetze einfach nicht drauf haben, dass sie einfach nicht verstehen. Weil was du ja sagst, ist ja sehr, sehr entscheidend. Du brauchst einfach einen Prozess und ich weiß nicht, du erinnerst dich ja noch 2015, 2016, wo wir beide ja auch im Bereich Online-Marketing auch Leads generiert haben. Und ich erinnere mich noch an einen Fall. Also relativ am Anfang von diesen ganzen Dingen. Genau. Also wir waren, wenn du so willst, Vorreiter vor allen anderen. Jetzt speziell in dem Maklerbereich definitiv. Vor uns hat es gar keiner gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an einen Kunden, wo wir irgendwie bei 260 Leads innerhalb sehr kurzer Zeit waren, die wir generiert hatten. Und dann habe ich den gefragt, ich sage, hör mal, was ist denn damit? Hast du die angerufen? Nö. Also ich muss jetzt noch stottern, ehrlich gesagt, ja. So, das heißt, wir haben dem sozusagen wirklich da Leads am laufenden Band generiert. Ja, natürlich waren da Leute dabei, die wollten erstmal einfach nur mal einen Wert von ihrer Immobilie wissen. Aber auch das ist ja letztendlich normal. Das sind ja Menschen, die wollen irgendeine Information haben und du weißt aber nicht, ob sie nicht doch verkaufen wollen und nur den Makler erstmal testen wollen. Ist auch völlig egal. Der Punkt ist, das Einstiegstor ist immer Interesse, Bereitschaft von einer Person. So, und wenn dann aber schon es daran scheitert, dass der Makler nicht anruft oder schon abgenervt, ich benutze gar kein anderes Wort dafür, nur genervt, nur schon genervt ist, dass der sagt, ja, ich würde mal gerne wissen, was mein Haus wert ist und dann schon die Trigger einsetzen. Und die Trigger, genau, beim Makler schon einsetzen und er einfach nicht in der Lage ist, überhaupt einen professionellen Gesprächsleitfaden anzuwenden, geschweige denn hier herauszufügen. Also nach einem System einfach, nach einer Struktur vorzugehen. Ich will da eine Sache zu sagen, weil ich habe, für mich hat das ausschließlich mit den Fundamentals sozusagen, mit den Basics zu tun, ja, weil, und das ist auch egal, ob wir das jetzt nur im Bereich der Leadgewinnung oder Akquise sehen oder ob wir das auch auf den Verkauf sehen. Ich mache gleich nochmal das ein oder andere Beispiel. Das ist ja wie jetzt beim Kampfsport zum Beispiel auch, ja. Wenn du, du willst irgendwie um den, um den Weltmeistertitel boxen, okay, hast du aber weder Beinarbeit, noch eine gute 1, 2 drauf. Dann kannst du nicht um den Weltmeister boxen, wenn die Basics, also das Fundament, auf dem du aufbauen oder deine Skills aufbaust, gar nicht da ist. Genau. Ja, eine Sache noch dazu, bestes Beispiel auch jetzt gerade wieder, die Leute kriegen ihre Buden nicht verkauft und suchen wieder, wie kann ich meine Präsentation von den Immobilien besser machen und mehr Käufer anfragen. Ja, über die Portale kommt ja nichts und die denken, dass da irgendwo die Lösung liegt, weil sie einfach die Wahrnehmung gar nicht mehr dafür haben. Genau. Also es ist für mich schwer nachvollziehbar, tatsächlich. Exakt. Und es kommt aber auch daher, dass natürlich die meisten, viele, viele, viele Immobilienmakler geworden sind in Zeiten, wo es eigentlich so ein bisschen Zuteilen war. Also Zuteiler, das sind ja keine Verkäufer, das sind auch keine Makler, das sind eigentlich Zuteiler. Und hier ist jetzt der Punkt, wenn das wirklich, und man muss ja wirklich mal drüber nachdenken, wenn also hier so Mieten, Kaufen, Wohnen, so völlig gefakter Blödsinn und Schund, die die Leute schon dahin bringt, zu glauben, dass das in irgendeiner Weise was mit Business zu tun hat, dann muss man ja schon, also das ist schon krass, also das ist schon wirklich krass, das ist ja ungefähr, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken, das ist wirklich verrückt. Gehen wir nochmal zurück, also es ist wirklich ein System. Und ein System hat was damit zu tun, dass ich wirklich erstmal genau weiß, wie generiere ich überhaupt Interesse in den Zielgruppen, also sprich, wie generiere ich Leads. Und da wollen wir nochmal gerade drauf eingehen. Du hast gerade von Basics gesprochen. Ja. Was sind denn überhaupt die Basics? Also was müsste ich denn überhaupt mal zuerst tun, bevor ich dann jetzt eine Sache, oder warum ist eine einzige Sache schon tot? Oder vielleicht zwei schon tot? Also nur eine zu haben? Also okay, also erstmal, was ich mit den Basics meinte, ist generell, also alle Teile des Prozesses, die du brauchst, um überhaupt deine Dienstleistung anbieten zu können. Und das ist ja eben Kundengewinnung, professionelle Expertenbewertung, Einkaufsprozess, dazu gehören verkäuferische Fähigkeiten und auch der Verkauf, was dann erst deiner Dienstleistung ist, die du vorne verkaufst. Genau. Das meinte ich mit Basics und den halt systematisiert zu haben, den Prozess. Jetzt zu deiner Frage, ja, weil es einfach, du kannst dich ja nicht, wenn du nur eine Sache hast, kannst du dich ja nicht von einer Sache abhängig machen und all deine Hoffnung da reinlegen, weil dann ist ja die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, weil du vielleicht aufgrund von fehlender Erfahrung eben ein paar Fehler gemacht hast, Dinge nicht richtig gemacht hast, hast aber all dein Geld da reingeworfen, all deine Hoffnung da reingeworfen und dann funktioniert es nicht. Deswegen musst du natürlich erstmal mit einer Sache anfangen, diese eine Sache antesten und an den Start bringen, dass die erstmal läuft und dann zu zweit übergehen, um eben eine gewisse Diversifizierung einfach zu haben. Aber ist das nicht sogar tatsächlich, mir kommt jetzt gerade so der Gedanke, ist das nicht sogar ein bisschen menschlich und auch sogar üblich, dass viele verschiedene Branchen sich auf eine einzige Quelle verlassen. Nehmen wir mal die Hotelbranche, Booking.com und so weiter, verlassen sich alle auf die Portale, verlassen sich alle auf die Portale. Nimm doch mal Lieferando. Das heißt... Und Laufkundschaft halt. Und Laufkundschaft. Und Makler, ja, ich bin, ich kriege super Empfehlungen. So, ich verlasse mich auf Empfehlungen. Also es ist ja tatsächlich... Das ist die einzige Sache meistens. Empfehlungen oder irgendwelche Leadkäufe noch absurder. Genau. Die beiden. Und das ist aber tatsächlich etwas, was über alle Branchen sich zieht, dass viele, viele Unternehmen tatsächlich nur eine Quelle haben, auf die sie sich verlassen. Solange das läuft, ist das ja auch noch witzig. Und mag ja auch ganz sexy sein. Aber wenn jetzt, jetzt überlegt mal, so ein Portal würde jetzt so einem Hotelbetrieb oder Lieferando, würde denen jetzt den Hahn zudrehen. Bye, bye. Also auf Wiedersehen. Ganz schnell Kopfschuss. Und was wir ja auch propagieren, wo wir ja auch ganz klar sagen, deshalb würde ich auch da noch mal back to the basics gehen und sagen, womit fange ich denn überhaupt mal an, bevor ich überhaupt so richtig Geld in Marketing in die Hand nehme, um irgendwelche Leads zu generieren. Da müssen ja mal ein paar Voraussetzungen für geschaffen werden, weil für allererst mal brauche ich mal valide, vernünftig viel Umsatz, dass ich überhaupt mal budgetieren kann und kann sagen, so das haue ich mal da einen Zehner rein und da habe ich auch einen Zehner rein und da habe ich auch einen Zehner rein. Und wenn dann das und habe dann auch die Geduld, das mal über ein halbes Jahr und über ein Jahr auch durchzuziehen, weil so entwickelt sich ja auch Branding und da musst du halt Munition für haben. Das musst du ja durchhalten können. Und da habe ich halt eine ganz klare Positionierung und das ist auch das, was ich unseren Kunden ja auch ganz klar sage, ist, du musst zuallererst mal lernen, die Zielgruppe da abzuholen, wo sie wirklich ist. Weil als Makler, ich brauche doch nur jetzt durch eine Stadt laufen, in ein Wohngebiet gehen. Ich weiß doch, wo sind die Häuser, Immobilienhäuser sind ja sichtbar. So schwer ist das ja nicht. Also um die ersten Sales zu machen, definitiv. Ja. Also ich sehe doch, ich weiß doch ganz genau, so wenn ich jetzt in ein Wohngebiet reingehe, da stehen nur Einvermiedenhäuser, dann weiß ich so, ich sage jetzt mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, 70, 80 Prozent in diesem Wohngebiet sind Eigentümer. Kleiner Teil sind gemietete Häuser. da weiß ich doch schon ganz genau, also jetzt, ich sage mal, ganz krass gesagt, könnte ich ja jetzt einfach klingeln gehen. Ja. Schönen guten Tag machen, aber es ist Brustbach, wollen sie ihr Haus verkaufen. Ja. So. Ob das jetzt sexy ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Aber ich will. Also das ist ja jetzt noch nicht all die Strategie, aber so vom einfachen Gedanken her, ja, hast du recht. Ganz einfacher sind, nennt man übrigens Doorknocking, ja, in Portugal, du weißt, wir waren damals da, in Portugal wird auf diese Art und Weise, werden 70 beziehungsweise 80 Prozent der Aufträge generiert über Doorknocking. Ja. Aber ganz ehrlich, da jetzt auch mal, um da mal so ein Statement abzugeben, ich kann gar nicht, also ich finde, also wir sollten jetzt nicht im Detail auch hier auspacken, was da genau das Vorgehen ist, weil wenn man da nicht bereit ist, um ein paar tausend Euro zu investieren, um das zu lernen, wie man das richtig gut aufbaut und richtig erfolgreich macht, dann ist man eh verloren, meiner Meinung nach. Ja, gut, ist man selber schuld, keine Frage. Ja, ist man selber schuld. Also, aber der Punkt noch mal, am Ende des Tages ist das erstmal wichtig, die Dinge zu tun, die mir, wo ich weiß, da ist die Zielgruppe und das gehe ich auch an und jetzt kommen wir ja zu einem ganz wichtigen Punkt, warum machen denn eigentlich die Leute, bleiben wir mal bei dem Online-Marketing jetzt, weil das ein ganz schickes Beispiel ist, warum machen die das denn eigentlich? Was ist denn der eigentliche Hintergrund? Mal ganz ehrlich, was ist denn der eigentliche Grund dafür? Also, der eigentliche Grund, ich glaube, da gibt es jetzt viele Sachen, die du sagen würdest, es gibt viele Dinge, die ich sagen würde. Sag doch mal. Meiner Meinung nach ist einer der Gründe ist dieses mit dem Trend gehen, mit der Masse schwimmen. Glaubst du? Thema Digitalisierung, das ist ja für die Leute alles so, das sind diese, einfach diese shiny objects, diese funkelnden Dinge am Horizont, wo man sagt, boah, irgendwie jeder redet von Digitalisierung, Online-Marketing, langsam sollte ich auch mal damit anfangen, mich so ein bisschen aufzustellen und, also ich glaube, das ist schon ein großer, großer Grund, warum die Leute da so viel Hoffnung reinstecken. Und das glaube ich nicht. Doch. Okay. Ich sage, das ist ein Punkt. Okay, einverstanden. Aber das ist ja jetzt eh so eine offene Frage, wo ich hätte jetzt eh nicht die richtige Antwort darauf geben können, in deinem Ding. Nein, nein, das ist schon fein, das ist schon fein. Also, lass mal das mal so stehen, das ist mit Sicherheit ein Ding, ich muss irgendwie mitmachen. 100 Prozent. Ich glaube, es ist im Wesentlichen eine Sache. Feigheit. Ja, weil sie es selber nicht können. Erstens, weil sie es selber nicht können, ich gehe sogar noch weiter. Ich gehe sogar noch weiter. Das ist erst mal, weil sie es selber nicht können. Ja. Zweitens, weil sie es sich natürlich nicht können, nicht zutrauen. Aber im Prinzip ist es noch, noch, noch niedriger. Das ist noch niedriger. weil sie einfach keinen Bock haben, weil sie einfach keinen Bock haben, das andere zu tun. Ja. Sie haben einfach keinen Bock und sie haben einfach nicht den Arsch in der Hose und sie sind feige bis dort hinaus und sie können es nicht, sie beherrschen es nicht. Sie wissen nicht, wie es geht und nicht, wie es richtig funktioniert. Und jeden Samstag und jeden Samstag, wenn sie die Zeitung vor sich liegen gehabt haben, wo sie dann die einzelnen Verkäufer rausgeschrieben haben und angerufen haben und auf die Fresse bekommen haben, weil sie nicht in der Lage sind, einen einzigen, vernünftigen, fucking Gesprächsleitfaden ordentlich und vernünftig umsetzen zu können und weil sie so oft auf die Nase bekommen haben, ist jetzt Online-Marketing der heilige Kral. Nämlich, ey, du musst nie wieder kalter Krise, du musst nie wieder ein Telefonat führen, du musst dich nie wieder verprügeln lassen und hey, ist das nicht eine tolle Botschaft und du musst nur einmalig 10.000 Euro für eine Setup-Gebühr bezahlen und dann 3.000 Euro im Monat plus noch ein bisschen Werbung und du bist all deinen Schmerz los. Das ist der Grund. Ja, es ist Feigheit, es ist Nicht-Können, es ist Dilettantismus und nichts anderes. Diese Digitalisierungsnummer, das ist, wenn du so willst und wenn du das machst, dann bist du auch noch der Digitalisierungs-High und bist noch richtig gut obendrauf und tust auch noch deinem Unternehmen was Gutes. Also für mich ist das 100 Prozent. Also ich will dir da absolut nicht widersprechen. Jetzt muss man aber eine Sache dazu sagen, weil wir wollen ja nicht eine falsche Botschaft senden. Natürlich, also das, wir reden jetzt ja immer noch über die Basics und in den Basics ist das genau richtig, was du gesagt hast. Wenn wir jetzt aber natürlich in Sphären reinkommen, wo du als Firma diese ganzen Basics schon alle machst und die alle funktionieren und die alle erfolgreich laufen und du schon mehrere Mitarbeiter hast und du dann etwas Werbebudget da reinsteckst, um Online-Präsenz zu zeigen. Ja, wenn du es richtig gut machst, ist das ja fein. Genau, um Branding zu machen über Online-Marketing, also dein Image einfach zu optimieren und online sich, dann ist das natürlich eine Sache, wo wir sagen, das macht Sinn. Aber Leon, nicht so, wie das da draußen propagiert wird. Nein, 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 ich will nur jetzt nicht, sage ich mal. Genau, du bist ja auch ein junger Kerl, keine Frage, aber wenn ich mir da manche angucke, die wirklich 0,0 nahe Ahnung haben, die eigentlich überhaupt gar nicht wissen, da läuft ja auch einer nicht weit von hier aus Düsseldorf rum, ja auch so ein Junge, wirklich null Plan, null Ahnung, tut aber so, als wenn er voll der Immobilienguru wäre, ja, so und springt aber alle paar Monate in ein anderes Business-Modell wieder rein als Online-Marketer, ja, weil er die Maklerbranche wieder, weiß ich, 50 Leute rasiert hat und dann muss er sich wieder verpissen am Ende des Tages, ja, so, also, das, nee, wirklich klar, das macht mich, also macht mich total an, also nicht an im Sinne von sexy, sondern turnt mich ab, sowas, das ist wirklich echt krass übel und am Ende des Tages finde ich, und das ist, finde ich, ja, sehr wichtig zu erwähnen, ist, diese Angst oder andersrum, diese Nichtfähigkeit, diese Unfähigkeit, das ist auch genau das, ja, weil wer sich ja den Herausforderungen nicht stellt, weißt du, sein Business in den Griff zu kriegen und wir mussten auch die Nussknacken lehren, ja, wir mussten auch uns um diese Dinge kümmern und natürlich ist das nicht immer einfach, ja, aber dieses Thema so rumdribbeln und die Abkürzung, immer den Weg mit dem geringsten Widerstand einfach, verstehst du, dann musst du dich aber auch nicht wundern, dann musst du dich aber auch nicht wundern, wenn du draußen über den Tisch gezogen wirst, eben mit diesem Thema Online-Marketing und so weiter, aber mit der Strategie funktioniert es nicht, du musst es halt anders machen, du musst es halt sehr, sehr professionell aufbauen und dann musst du aber auch ein bisschen Geld investieren, ja, aber dieses Stellen, diese Basic-Themen, ich will nur ein Beispiel nennen, nochmal um zu den Basics, wo ein Kunde von mir, wo ich so 1,2 Millionen Umsatz und ich frage den, ey, wie machst du denn den Umsatz, wie verteilt der sich denn? Ja, so, so und so und so und ich sage ja, aber wenn das jetzt die Verteilung deines Umsatzes ist, wieso machst du denn da nicht mehr? Ja, weiß ich auch nicht, also, so nach dem Motto, es ist manchmal so einfach, wenn man es, ja, warum machst du da nicht mehr, also warum, warum hast du denn nicht mehr davon und mehr davon, ja, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, ja, läuft ja, so, 1,2 Millionen, ja, boah, super, dann bist du ja schon der Held im Erdbeerfeld, wenn du 1,2 Millionen machst, so, dann wirst du noch ein bisschen, keine Ahnung, war es Philanthrop, ja, bist du zum Kunsthändler, ja, und so weiter. Also, ich sage mal so, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, so, ich lasse uns da heute einen Haken hinter machen, weil ich glaube, wir haben genug Botschaft geliefert, um zu sagen, dass es einfach dumm ist, Punkt, es ist einfach dumm, es macht gar keinen Sinn, ja, fokussiert euch einfach auf die Basics und, und dann, wenn ihr wirklich richtig erfolgreich seid und diese ganzen Basics par excellence funktionieren, dann können wir den ganzen Spökes gerne machen, aber, vielleicht auch noch als Fazit von mir, Basics ist der erste Schritt und aus den Basics heraus entwickelst du es Schritt für Schritt weiter, aber du musst auch die Dinge, die du anfängst, sauber durchziehen, vor allen Dingen, bevor du sie sauber durchziehst, musst du sie erstmal bis zu Ende denken, du musst die Konsequenzen kennen, also was hat das für Folgen und dann musst du es durchziehen und zwar bis zum Ende und dann nicht irgendwo nach zwei Monaten schon die Schweißperlen auf der Stirn haben, weil du jetzt da dir auf einmal die Luft ausgeht, finanziell, weil dann hast du halt vorne Fehler gemacht und hast es halt eben nicht solide aufgebaut, ja, und mir bleibt auch hier an der Stelle nur eins zu sagen, also du hast es gerade eben schon gesagt, also wer da nicht bereit ist oder wer merkt, er hat da einfach Defizite und er weiß nicht genau, Mensch, wie mache ich das denn eigentlich richtig, so, und wer dann nicht die Bereitschaft hat, zu lernen von Leuten, die diese Nüsse wirklich geknackt haben, dann sage ich, okay, dann gucke ich auch gerne zu, wie du absäufst. Fertig. Ende aus für heute. Ja, weil der Punkt ist halt einfach eine Sache, dann, in den Momenten, wo es drauf ankommt und wo die Leute eigentlich sehr wichtige Entscheidungen für sich und für ihr Business treffen müssen, in den Momenten wollen sie eigentlich nur ihre eigenen Entscheidungen auf 18 fremde Schultern aufteilen, weil sie es selber nicht können. Und keine Verantwortung übernehmen wollen. Genau. So, und ich sage halt einfach, ey, es zeigt doch viel mehr Fähigkeit und viel mehr Skill, dich deinen Herausforderungen zu stellen, anstatt zu denken, man kann und weiß schon alles und einfach zu sagen, ey, guck mal, da ist einfach Bedarf und ich habe keinen Bock, nach Try and Error Verfahren, ja, zwei, drei Jahre rumzuprobieren, was funktioniert, sondern ich kümmere mich direkt darum, mit Leuten, die eben genau wissen, was funktioniert, bin ich viel, viel schneller, gebe ich am Anfang vielleicht ein bisschen Geld für aus, habe aber hinten einen viel höheren Return on Invest, das ist für mich schlau, ja, und so kommt man weiter. Genau. Punkt. Last but not least, wenn man eben nicht weiß, wie es geht, dann liegt es erst einmal mal darum, dass man erstens nicht wusste, was man macht genau und vor allen Dingen, wie man es macht und das wird immer genau das, was du sagst, wird die Lösung sein, du musst halt lernen, wie du etwas wirklich machst und es ist völlig egal was, es gibt, jeder Bereich macht irgendwo Sinn zu einer bestimmten Zeit, aber du musst halt eben wissen, wie es geht. Ja. Vollkommen richtig. Genau. In diesem Sinne. Okay, let's go. Arrivederci, auf ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.